Ja, wie soll man das denn sonst schaffen? Da muss man ja von da oben da drauf springen. Obwohl, ne, guck mal. Ja, jetzt sieht sie mich. Ah, okay. Hier startet man, das ist noch annehmbar. Ich hab schon gedacht, wieder ganz vorne, ey. Ah, okay. Da sind wir aber schon gut durchgekommen, würde ich mal raten. Ist auch ein bisschen einfacher als der scheiß Eben. Der scheiß Eben war ja wirklich der verkackteste Kack, den ich jemals gesehen hab. So, so, das war das Schwierigste, was ich bisher gemacht hab. Das ist schwieriger gewesen als jede scheiß Jump Action, die ich jemals in meinem Leben vollzogen hab. So, das hier wiederum ist... Ah, es leckt ein bisschen. Ah, schaff ich nicht. Ja, dann versuchen wir's doch mal. So. Ja. Unmöglich. Wir müssen auf jeden Fall darüber springen. Also, es geht gar nicht sonst. Also, ich wüsste nicht wie, wenn man da oben nicht... Wie soll man das sonst machen? Keine Ahnung, sonst geht es ja auf keinen Fall. Das würde mich sehr wundern, wenn man das sonst irgendwie noch schaffen könnte. Aber, Leute, das können wir mal in der Videoantwort zeigen, wie das gehen soll. Das weiß ich selber nicht. So, komm mal her. Zack. Einmal hier hoch. So. Das gibt's doch nicht. Da kommt man, verdammte... Da kommt man einfach nicht drauf. Da kommt man einfach nicht drauf. Das ist ein Scheißblock zu kurz. Das regt mich ja voll auf schon wieder. Ey, nur Probleme hier. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt komm, jetzt zeig ich mal her, was du kannst, Link. Jetzt zeig ich mir, wie das geht. Ich brauche jetzt mal einen Schluck Wasser hier. Ansonsten geht mein Kopf noch kaputt am Ende. So, jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir hier lang. Gehen wir hier lang, Link. Und jetzt gehen wir hier lang. Gehen hier hoch. Und jump. Puh. Aber... Hä? Ah, wir können auch einen ganz anderen Weg nehmen. Ah, wir können auch einen ganz anderen Weg nehmen über die Hecke. Ja, natürlich. Boah, bin ich... Ja, jawoll. Der Krieg ist verloren. Ich finde das so geil, Leute. Affin ist the best. Okay, dann bauen wir doch mal hier, du kleiner Schwertmolch. Auf einmal den noch mal zeigen, wie das geht, oder? Meinst du nicht Link? Doch. Hopp. Hopp. Oh. Pff. What the hell? 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 Ah, guck mal, da bin ich. What the hell, Alter? Ah, die wollten ein Bild von mir haben. Die wollten mich irgendwo einbauen. Aber dass die mich da einbauen... Thanks for let's playing my map. Yo, kein Problem. Bisher ist die Map ja geil. Bis auf die Passagen mit den Wachen, ey. Da kannst du nur ragen. Richtig nice, Leute. Guck mal, da bin ich. Das altes Foto mit Bandage. Iron Boots. Iron Boots. Ach, ne. Jetzt kann ich tauchen. Ah, natürlich. Jetzt kann ich tauchen mit den Iron Boots. Das ist ja mal interessant, weil jetzt... Komm, geh ich runter. Yay. We have the Iron Boots. Okay. Ja, lass mich mal rauswerfen. Ja. So einfach geht das. So schnell bist du draußen aus der Scheiß, wenn du einmal drin warst. Raus kommst du immer aber rein. Eigentlich ist es halt immer andersherum, aber... Hier. Ich möchte rausgeworfen werden. Hallo. Komm schon. Hol mich. Komm. Ich möchte rausgeworfen werden. Holt mich doch bitte ab. Ja, los. Ja. Wollte gerade sagen. Ja. So. Dankeschön. Für freundliche Hilfe. Ey, mir fehlt ein Rupee. Really? Ein Rupee. Dann hätte ich das kaufen können. Boah, das ist ärgerlich. Was ist mit dem da? Der Alte oben. Pfeile hat er. Tingle, Alter. Als ob ich eine Karte brauche. Sieht so aus. Lass mal dein Lager plündern. Empty, Empty all. Schade. Alles leer bei dem. Du kleiner Tingle-Bürschli. Oh, Fische gibt's auch. So, komm, gib mal her. Ah, sauber. Sauber. Ich hatte noch drei... Oh, ich hab noch Knochen. So. Ja, sauber. Das ist doch mal geil. So, lass mal. Let's do it. Yeah. Wir haben das dritte Herzteil gekauft. Bekommen. Da oben ist ja noch eins. Da kriegen wir... Da kommen wir wahrscheinlich dran, wenn wir diese Spiele machen. Aber ja. So. Und ist man eigentlich schwerer mit den Iron Boots? Ne, das kann... Können... Ne, können die gar nicht nachempfinden. So. Dann lass uns mal hüpfen. Damit ist man nämlich schneller. Glaube ich zumindest. So. Da waren wir schon drin. Dann lass uns mal zum... Ne. Nehüliasee ist es ja nicht. Das ist dieser... Kukarashkabakashkabra-See. Oder wie der heißt. Koraka-See. Kotake-See. Kokrake. Kokrake. Keine Ahnung, was für ein See das ist. Auf jeden Fall ist das ein See. Klingt ja auch irgendwie logisch. So. Au, au, au. So. Dann lass mich mal finden. Ah, Moment. Ich brauche eine Torch unter Wasser, ne? Ah. Alles ein bisschen... Bisschen pixelig. Ah, komm. So. Unter Wasser soll ich so... Moment. War doch auf der anderen Seite unter Wasser, oder? Das hat man doch letztes Mal schon kurz gesehen, wo es da ungefähr hingehen soll. Wenn ich mich recht erinnere. Konnte man das schon sehen. Irgendwo hier? Hä? Wo ist das denn? Irgendwo hier ging es doch in den Tempel rein. Oder bin ich jetzt vollkommen verballert? Ne. Das muss doch hier gewesen sein. Tempel rein. Wo bist du? Der Table Tennis Gamer. Der sucht dich. Tempel rein. Boah. Ich habe aber auch die ganze Zeit diese Blockgrafik vor mir. Ey. Das ist aber auch ein bisschen scheiße, ne? Das sind anderen Texturenpacks teilweise aber besser. Da. Na gut. Ich bin einmal fast vorbeigelaufen. Und so weiter und so fort. Yeah. Tempel 3. Water. Oh yeah. So. Da bin ich auch mal gespannt. Der Wassertempel ist immer der Tempel, den ich gehasst habe in Zelda. Alter. Ah. Wow. Das hat Style, Freunde. Das hat Style. Okay. Auch dieser Tempel macht einen ganz anderen Eindruck als bei Gary. Wenn man das mal vergleichen will momentan. Zumindest vom Aufbau her und allem. Ja. Da brauche ich einen Bumerang für. Wahrscheinlich kriege ich den Bumerang hier. Also zumindest wenn es Zelda, wenn es Ocarina of Time betreu ist, dann müsste ich hier den Bumerang bekommen. Denn eigentlich im wahren Ocarina of Time befinden wir uns nämlich gerade in dem Wal. Weil der Wal hat Prinzessin Roto verschluckt. Oh. Und äh ja. Ne. Der Wal hat sie verschluckt. Und wir müssen das jetzt ausbaden. Sozusagen der Vater von ihr hat uns darum gebeten sie zu finden. Und wir machen das natürlich nett wie wir sind. Finden wir Prinzessin. Boah das war knapp. Nein. Nein. Wo kommt der fucking Block her? Block her? Ist das euer Ernst? Egal. Alles ist tot und ich bin glücklich. Ich kann weitergehen. Das freut mich. So. Ja. Hat sie verschluckt. Und das ist so eine verwöhnte Schnäpfe. Das geht gar nicht mehr klar. Wie verwöhnt die einfach ist diese Prinzessin. Will dauernd getragen werden. Ey. Hallo. Bin ich blöd? Geh doch mal da hoch. Will dauernd getragen werden. Macht Stress. Und so weiter und so fort. Das ist eine richtig verwöhnte Prinzessin. Aber wir helfen ihr dann. Und in diesem Jabu-Jabu. Lord Jabu-Jabu heißt dieser komische Walfisch da. Da finden wir dann eben den Bumerang drin. Das ist ja wohl die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Das ist ja wohl die größte Schriebe. Danke. Für dich. Für dich. Das ist ja wohl die größte Schriebe. Das ist ja wohl die جäsendin. Schriebe.